So, liebe Oldtimer-Friends, hier haben wir hier einen Stadtpolizeikäfer vom Baujahr 67. Dieses Fahrzeug hat 25 kW, sprich 35 PS. Circa 1150 Kubik und die maximale Kilometerlaufleistung habe ich jetzt gesehen sind gerade mal 5748 Kilometer, also es ist sehr wenig gelaufen und es ist natürlich ein Schaltgetriebe, zur damaligen Zeit war das meistens so. Hier stehen nochmal alle Daten drauf. So, wenn euch das Video gefallen habt, dann abonniert mich, liked mich, teilt mich, folgt mir, es werden noch mehrere Videos folgen, mit alten Autos, Youngtimer und Oldtimer. Und ich freue mich über jeden Klick und wie gesagt, mein Name ist Johannes Pontiak, bin nur hier bei YouTube drin und ich hoffe euch gefallen die nächsten Videos auch. Viel Spaß beim Weitergucken, ciao, tschüss.